Leise rieselt der Schnee. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Wenn das Advent ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verbrannt. Ja, bis Weihnachten bleiben ja noch ein paar Tage. Also wir sind gerade jetzt am Anfang der Adventszeit und dieses Wochenende haben wir auch bei uns zu Hause dekoriert. Wir haben den Weihnachtsbaum geschmückt und deshalb nehme ich dich gerne mit auf eine kleine Tour und zeige dir, wie es bei uns aussieht. Wir werden gemeinsam die Wohnung schmücken und wir werden gemeinsam Deutsch üben. Zuerst sprechen wir über ein paar typische Fehler beim Schmücken und Dekorieren. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.